Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tabletop Simulator mit UNO und mit dabei sind Christian, Sepp, Brammen und ich. Ja wer sonst? Brammen braucht doch Herausforderer. Wir haben übrigens nicht mehr Nicolas Cage, weil Sepp ja so rumgeweint hat. Jetzt haben wir weiße Karten. Okay, weiß ist aber auch nicht so schön. Weiß ist voll hässlich. Aber so von vorne finde ich die schön. Toll Sepp, vielen Dank. Christian, du musst eine legen. Ja, ich bin noch mal in dem Menü gewesen. Oh, sorry. Zack, die Mühre 6. Die 6 bin ich, ne? Ich habe auch eine 8. Okay, Christian. Naja, genau. Fick mich doch direkt wieder. Küsst mich vorher wenigstens. Nice. Okay, Bram, jetzt darfst du auch. Ich dachte jetzt erst, jetzt heißt es wieder Christian. Was ist das denn hier für eine Karte? Nicht flippen, nicht flippen. Da, Sepp. Das ist aber nett, ich darf auch mal. Oder? Ja, du darfst, du bist dran. Gut, ja. Und bist sogar gleich nochmal dran. Ja, da küssst du mich vorher, bevor du mich fickst, ne? Kommt drauf an, jetzt kannst du mich ficken, weil jetzt sind die Karten, die du legst, die sind für mich böse. Sepp, du bist dran. Sepp, du bist dran. Sepp, bewegt doch die Maus nicht. Sepp, lebst du? Okay. Ich bin langsam. So. Oh. Habt ihr nicht gesehen, ne? Ich kann nicht. Ne. Äh, ja dann, äh, würde ich sagen. War auch hier. Hör mal, ne acht. Guck mal, Bram, jetzt darfst du mir danken. Warum bin ich denn jetzt dran? Weil wir gegen den Uhrzeiger sind. Echt, der Bram darf dir danken. Das glaube ich aber nicht. Ach. Doch, ich glaub schon. Zehn. Zwölf. Ja, geht ja nicht. Also Peter muss sich jetzt erst mal wünschen. Ich wünsche mir grün. Aktuell sind wir bei zwölf. Ne, zehn. Nein, zwei plus zwei plus zwei plus vier. Doch, sind zehn. Ja doch. Oh, scheiße. Nein. Ne, oh mein Gott, zwölf. Ja, zwölf. Ja, dann krieg ich jetzt zwölf Karten. Möchtest du den Stapel nehmen? Ja, guck, Bram kannst du mir danken. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, wölf. Und jetzt könnte man mit einer Null mit seinem Partner tauschen oder so. Das wäre mega krass. Wir haben nicht mal eine schwarze Karten dabei. Aber bitte mit Peter, dann hätte sich das wenigstens immer reingeführt. Was hast du dir gewünscht? Grün. Grün. Hab ich nicht. Ja, ja. Das kann ja nicht. Oh, komm. Peter. Ey, ich bin dran. Shit. Peter. Oh, shit. Peter ist schon gewonnen. Uno, uno. Woo. Oder vorbei. Was auch immer man sagen muss. Hey. Oder Bitch Bitch oder Peter Stink oder so. Achso, ich muss mir was wünschen, ne? Ich wünsche mir nochmal Grün. Ne, Peter hat geht nicht. Nochmal zwölf Karten für Sepp. Geil, da sitze ich nicht neben Sepp und schon kriegt Sepp richtig. Weißt du, wenn ich jetzt hier gesessen hätte wieder, ja? Dazwischen. Hätte ich dann alles abgekriegt, ja? Nein, ich bleib, Junge. Wieso kommst du da immer drauf? What the fuck? Keine Ahnung. Okay, jetzt habe ich einen Anzeigefehler. Jetzt flittest du bei mir den jetzt Zeit. Ich kann das aber wegmachen. Ah ja, nice, danke. Nein, jetzt flippst du schon wieder. Jetzt weg. Jetzt hat er doch die Hand. Können wir jetzt mal weitermachen? Ja, ich habe gesagt, ich kann nicht. Sieht gut aus. Wer ist denn da dran? Ja, du, Sepp. Du, Sepp. Warum? Fuck. Wir gegen den Uhrzeiger sind Spiele. Nun, da siehst du eine Sechs und da habe ich Ohne. Und dann darfst du nochmal, Chris. Ach, nö. Darauf fahre ich jetzt. Ey, du bist nicht dran, Sepp. Du bist nicht dran, Sepp. Doch, der kann doch nicht. Ja, dann ist Bram dran. Ja, wenn der nicht kann, dann bin ich dran. Warum bist du denn dann dran? Na, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich wieder dran. Stell dich hinten an. Jetzt bist du nochmal dran. Ach komm, jetzt bist du nochmal dran. Alles klar. Ja, lass uns ruhig zu Ende spielen. Uno. Aber du bist wieder dran. Na, cool. Uno, Uno. Boah, ist der Junge. Moment, Moment. Das geht nicht. Nee, Christian ist dran. Das geht nicht. Ich bin dran. Warum? Ja, weil du so rumgehst. Was ist, ey. Was ist dein Kopf gerade, Sepp? Nach Bram war immer ich dran. Ja, bist du. Alter. Da kriegt Bram schon einen Anfall von. Jetzt bist du dran. Ey, du willst das herausfordern, ne? Ja. Komm schon. So viel Kompetenz habe ich mich verschluckt. Bist du fertig? Nee. Ja, ich kann. Okay, eine 9. Und das ist eine 6. Warte, Sepp. Was ist das? Warte doch mal, ey. Warte doch mal, ey. Warte doch mal, ey. Warte doch mal, ey. Der hat die Karte da schon draufgelegt, ja? Mensch. Okay, dann können wir die einfach hinlegen. Ich kann. Das war die falsche Karte. Ja, da kann ich doch nichts für, wenn er nicht... Ja, du kannst doch ein bisschen aufpassen, Alter. Hallo, ich spät. Hallo, ich spät. Äh, du kletest Zembert am Schwanz, oder was? Ich spät, ja. Ich musste arbeiten heute. Kann ich. Mensch. Nee, hier. Schlag auf, Schlag. Geht's rund. Also eine 6. Eine 6. Guck doch auf die... Auf den Strich. Wenn ein Scherz... Das hab ich auch zu spät gecheckt. Okay. Das kann ich. Oh! Äh, grün. Ich hab noch keine einzige Schwarz in diesem kompletten Spiel gehabt. Willst du mich jetzt verarschen? Ich hab jetzt die Scheiße vom Bram gepackt, oder was? Der hatte keine plus 2er. Der hatte gar keine. Doch, eine. Mit der ich die Runde weitergeben konnte. Nein, in den letzten Runden. Achso, das stimmt. Äh... Der stimmt gar nicht. Ich hatte die eine Runde, wo ich die ganze Gelb gewünscht hab, weil ich 2 plus 4er. Ups. Falls ich dich da noch dran erinnerst. Äh, ich wünsch mir... Blau. Gelb. Oh! 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 Er hat Uno gesagt. Ja, Peter. Kann ich nicht. Hey, hey, hey! Ich bin dran, Alter! Ja, rein. Ich bin dran, ich bin dran, grün. Tja, Sepp, ey! Ich krieg hier einfach keine vernünftigen Karten, muss hier einfach gegen jede Scheiße spielen, hier kommt, ey. Sagte er, nachdem er 2 Aussatzkarten spielt, ey. Kann nicht mal. Kann nicht mal. Nö. Kann auch nicht. Geil, Alter. Geil. Kann immer noch nicht. Jetzt wird's sexuell. Kann immer noch nicht. Kann immer noch nicht. Kann ich mal die Karten hier weghauen, ey. Ja, komm hier, schluck du auch mal. Gott wünsch dir. Gelb. Das ist schön. Ich will gar nicht wissen, Leute, ihr könnt ja mal zusammenzählen, wieviel Karten ich in dieser Runde ziehen musst du, ja? Also ich war jetzt bei 22. Vielleicht hab ich mich verzählt, aber es müsste 22 sein. Alter Vater, ey. Ich krieg hier echt deine... Aber bevor ich hier rausfliege, geb ich noch mal ne Karte. Oh, das ist schön. Ey, ich bin... Warte doch, Alter. Alter, was ist... Was ist falsch mit dir, Sebastian, ey? Uno. Ja, hallo. Der kann doch... Der kann doch legen. Ist doch okay, alles. Cool. Hast du dir grad schnell einen durchgezogen? Was? Du bist voll verpeilt, ey. Warum sind eigentlich die Karten auf dem Stapel hier? Kleinhals auf dem. Oder ist das eine feine Perspektive? Ja, die werden, glaub ich, extra größer gemacht. Stimmt, die werden echt größer. WTF? Komm schon. Uno. Ja, ich kann eh nicht anders. Ja, aber meinst du, weil ich spiele? Ich spiel auch noch dafür. Ich kann... Ich kann nicht. Ja. Gut, dass du das vorher schon wusstest. Ja, ich weiß, dass du das nicht kannst. So, wie er die letzten drei Male aufwusstest. Alter, ich kann nicht. Immer noch nicht, Mann. Was machst du denn? Das war... Christian, aber ich kann... Vielleicht werde ich jetzt gegen dich verraten. Ja, aber echt, war... Ja, ich kann. Oh, Mann, ey. Ist denn echt shit, was hier gerade passiert? Kann ich. Mach ich auch nicht mehr. Ich dachte, jetzt zieht Sepp durch. Ich dachte, kurz einen Moment Sepp zieht durch. Auf jeden Fall... Wird das jetzt doch so... Alter, jetzt haben wir noch mehr Karten als Sepp. Ich hab so ultra krasse Mongo-Karten. Ich kann einfach nicht. Cool. Peter, der hat eine Karte mehr. Kann immer noch nicht. War jetzt. Kann auch nicht. Kann nicht sein. Gleich hat er wieder plus vier, dann bin ich wieder... Guck ich wieder doof, dann bin ich wieder gleich. Äh, grün bitte. Boah, ist egal welche Farbe, ob es auch keinen scheiß Rot mehr, ey. Jetzt kürtet er. Jetzt kürtet! Jetzt kürtet! Ganze grüne Wichse. Ach komm. Eine neun. Äh. Uno. Oh mein Gott. Ist ja nicht das erste Mal. Ach komm. Hahaha. Nice. Okay, es gingen nur zehn Minuten. Oh Mann, ey... Wer hat wir noch ziehen mussten, nachdem Sepp 52.000 Karten gezogen hat? Na echt, ey. Ja ist krass. Sepp du bist dran! Ne, ich hab keinen Bock mehr. Du kriegst gleich ne Schelle. Ja komm doch rüber, Junge. Ja, das war richtig. Was hast du denn gedacht, Peter? Weil Peter schon was sagen wollte. Ne, ich war nur mega verwirrt, dass das so unfassbar schnell ging bei mir. So, bam, hier. Ja, Peter, nicht nur bei dir, ne? Christian, du bist dran. Ja, weiß ich. Ist das ein Mittelfinger, Christian? Nein. Das ist ein Arschloch. Sepp, du setzt aus. Hä? Wollte aber. Ich glaube, der hat sich gerade durchgezogen. Wolltest du nicht auch gerade eine blaue Eins da drauf legen oder so? Nein, die war grün. Achso. Christian, du bist dran. Hallo, jetzt so durch bin ich noch nicht, ja? Christian, du bist. Achso, du hast die gleiche Nummer gelegt. Yes, Sir. Ja. Und wir sagen, ich wäre durch, ja? Oh, das gefällt mir gar nicht. Blau. Darf ich mal nichts schnippen? Darf ich mal nichts schnippen? Darf ich mal nichts schnippen? Darf ich den Tisch einfach mal umwerfen? Dann passiert nichts. So, was haben wir denn hier? Blau, sagst du? Yes, Sir. Würdest du kriegen, Peter. Thank you. Thanks, mate. Hi, Chaps. Peter will blau. Peter kriegt keinen blau. Boah. Erstmal alle anderen blau wegmachen hier. Oh, jetzt darf Peter blau. Und Christian wieder. Peter hat mich betrayed. Boah, Messer. Ich kann nicht. Äh, ich kann nicht. Hätte ich mehr für Warmsteen nacken. Oder nicht? Oder hast du schon bezogen? Ich hab schon bezogen. Boah, leid mir was. Naja. Okay. Ja, dann muss ich Leute eine ziehen. Kann ich nicht. Dann wechsel mal die Farbe. Christian, du bist dran. Jajaja, ich bin schon ein bisschen normal. Ich male schon ein bisschen rum. Jajaja, ich kann nicht. Dann wollen wir mal Draw My Life wieder spielen lassen. Jeder macht das easy alleine hier oder was? Kann die alle nicht. Uno. Oh geil, ich kann immer noch nicht. Na doch. Guck mal hier. Ah, es ist blöd. Pindidi ist wieder dran. Ich kann nicht. Cool. So, jetzt geht los mit Grün. Äh, ja. Dann muss ich, äh, Körtchen ziehen. Nice. Ah, ist aber gut. Fuck. Ich glaub, die kannst du nicht legen, ne? Wie aus Versehen, Doppel da geklickt. Uno. Doppel bleibt bei Grün. Bobram, ey. Der Peta hat kein Grün. Kann nicht. Nee, ich aber auch nicht mehr. Ja gut, aber das war nicht mein Problem. Du bist so ein Egomane, ne? Ich kann nicht. Nee, ich will einfach nur ich den Peta gewinnen. Ich kann nicht. Äh, bleiben wir mal bei Grün. Wird sichern lassen. Oh, shit. Äh. Ich auch. Ah, shit. So ein Bram musst du ja unbedingt rot wegmachen. Ah. Da kann ja Bram nochmal. Ja, da hab ich nochmal. Ist ja schön. Sepp? Du musst halt die Karte aussuchen. Ah, die hab ich doppelt. Oder der trinkt grad aus einer Flasche Alkohol oder so. Ist ja doppelt. Ja. Uno. Viel Alkohol. Etavenös oder so, glaub ich. Siehste? Doppelt. Ich hab grad gelacht, deshalb ist die Karte so innen hergewickelt. Uno. Peter. Ja, das war eine 6 auf eine 9. Das geht nicht. Was? Alter. Wird gern rot. Wieso guck ich denn jetzt die Scheiße hier ab? Weil ich Gott sei Dank nicht an der Stelle sitze. Aber, aber Peter ist doch gleich derjenige der fertig ist. Ja, Bram doch auch. Warte halt zu rot. Ja, viel Spaß. Ich kann nicht. Uno. So. Oh. Komm, links. Links, bitte. Welcher tut. Jawohl. Jawohl. So. Nicht anderes Mustern. Ohne Spaß. An der Stelle, wo Sepp sitzt, die Scheiße ist. Das ist einfach die Scheißstelle. Das ist einfach die Scheißstelle, ey. Was wünschst du dir denn? Rot. Was wünschst du dir denn? Aber das kann ich doch nicht. Ich kann nicht. Ja, aber Christian hat das gewöhnt. Ja, Uno, Uno. Danke. Wie oft ich schon mit einer Null ausgemacht hab. Das ist voll der Shit. Ich wollte doch rot haben. Oh, mein Gott. Boah, endlich mal wieder gewonnen seit Ewigkeiten. Oh, Mann, ne, Peter. Ach, leck mich doch! Geil. Ich hab das ganze Universum durcheinander gemacht durch meine Positionswechsel. Ja, wo war er? Letzte Runde hab ich gewonnen. Passt. Kann ich nicht. Oh, Peter, ich kann immer noch nicht. Alter. Okay, ich wünsch mir Gap. Ach, hätte ich das gedacht. Komm, ich dachte das wäre deine Lieblingsfarbe, Christian. Kann ich. Nice, Chris. Nice. Voll Premium. Was ist passiert? Ne, da kann ich leider nichts gerade sagen. Weil das zum Spiel gehört. Mach ich blau. Aber ich kenn die Situation, Chris. Äh, da kann ich über. Peter, willst du bei mir an die... Ich will deine Karten. Ne, ich will deine Karten. Ich hab gewonnen. Alles cool. Was ist das denn jetzt? Das ist rote 6. Aber, aber da... Ne. Da lag eine 6 drunter. In blau, ja. Geht doch nicht. Kann nicht. Okay. Das ist wieder eine rote 6, Sepp. Ach, man. Oh, geil. Nö. Shit. Ich kann auch nicht. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Erstmal ne Karte legen. Weißt du so. Boah, scheiße. Boah, scheiße. Ne 5, Alter. Okay, komm. Sepp. Ich bin dran. Ja. Wada, hab. Ich bin dran. Du bist dran. Wada, hab. Ich bin dran. Kannst du nicht? Wada, hab. Wada, hab. Ich bin dran. Uno. Ah, fick dich, Peter. Fuckin. Ich kann nicht. Ja, da ist aber nochmal. Geil. Wada, hab. Ich bin dran. Wobei, vielleicht. Okay. Spaß für deine Folge. Wada, hab. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich kann nicht. Ach, guck. Also, ich hab ne blauen 9. Ah, pfff. Äh. Alles schön. Wada, fuck. Ich kann nicht. Die auch nicht. Warte. Ich hab ne blauen 9. Jetzt kann ich. Chat gern. Rot. Dann kann ich Flipp Table machen. Ja, das bringt nichts, Sepp. Warum nicht? Weil man klickt den letzten. Du hast nur 3 gezogen. Du musst den 4 ziehen, wa? Peter, jetzt bleib mal entspannt geschmeidig, ey. Sagt er ja, nachdem er noch einen neuen Zug genommen hat. Von, was weiß ich. Thomas Sepp ist sogar nochmal dran. Thomas Sepp ist sogar nochmal dran. Entspannend geschmeidig, Peter. Thomas Sepp ist sogar nochmal dran. Uno. Jetzt ist aber Christian dran. Christian, mach nichts dummes. Ich weiß. Ja, aber es. Mach nichts dummes. Komm schon. Komm schon. Plus 4. Plus 4. Komm Chris. Komm schon. Wir wollen jetzt alles sehen. Ich hab da. Nein, 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 nein. Wir wollen jetzt alles sehen. Ich hab gerade mehrere Möglichkeiten, ich nur mal kurz durchgehen muss. Äh. Darf ich mal kurz? Nein. Grabbel, grabbel, grabbel. Ja, komm. Das ist okay. Da hast du alles richtig gemacht. Ja, das zackt hart. Einfach mal hier mit dem Sepp vertrauen. Ich hab tatsächlich... Ja, ich hab tatsächlich auch noch eins. Uno. Oh shit, Peter. Das ist die Karte, die du gezogen hast. Peter sitzt jetzt. Der hat jetzt seine Gelbe weggetan, weil er darauf sitzt, dass Gelb eh nicht mehr immer rumgeht. Deswegen. Uno. Fuck. Das war nämlich die andere Option eben. Und die hab ich zum Glück nicht gemacht, weil die Karte, die auf der Hand hatte, gelb war. Korrekt. Das wär mein Tod gewesen. Ich kann nicht. Hat Christian Uno gesagt? Ja. Das wär nicht dein Tod, das wär dein Sieg gewesen. Eben, Peter. Äh, mein ich ja. Das war jetzt mein Tod. Aber in Frankreich heißt es ja auch, war, äh, Orgasmus heißt der kleiner Tod. Also... Ich kann nicht. Oh Gott. Du fragst dich so wieder. Ich kann auch nicht. Alter. 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 Boah, ich bin schon ganz schön lange nicht mehr dabei. Ups. Da liegen jetzt 79 Karten. Wie viel haben wir da? Na? Komm schon, Sepp. Tu es. Na. Fuck the fuck. Boah, da zieht der natürlich so ne Karte, ey. Leg mich so am Arsch. Boah, ist das frech. Das war grad voll die erotische Stimme von Christian. Ja, der war voll das Mikrofon. Ja, der war voll das Mikrofon. Aber ich bin zu weit mithört, ey. Ja. Da zieht der so ne Karte. Das ist ja voll geil, ey. Voll Basslastig. Voll Premium. Ja, aber echt. Ich kann leider nicht. Da musst du nur einer ziehen. Wär ich ein bisschen buschig von, muss ich sagen. Moment. Bisschen buschig. 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 Auf einmal wachsen mir die Haare. Boah, Gott, Alter. Der kennt das nicht. Sepp, welche Farbe magst du denn lieber? Blau oder Rot? Gelb. Warte, ich find Blau ist schon echt schön. Warte, ich dachte, du machst das zu rot. Guck mal, dann hab ich sogar die passende Karte dazu. Boah. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass der extra das Falsche sagt, dann bin ich illegal. Äh. Ey, warum sollte ich lügen, Christian? Wir sind doch hier voll. Guck mal, ich leg auch meine Karte. Alter, what the fuck ist los bei euch? Boah, das ist doch krass. Vor der Synchronie gerade. Ich will Grün. Ich will Blau. Boah. Ey, ich will mal Grün. Ja, okay. Ich will blöd in Grün. Ich will blöd in Grün. Blöd in Grün. Boah, Alter, wie lang die Scheiße hier immer geht, ey. Das ist unglaublich. Ist das ne Neue? Werd ich ein bisschen buschig von. Du spriest es im Schritt. Peter, ich kann nicht. Kannst du mal echt hier Blau machen? Ich kann nicht. Ey, Bram, wie wolltest du die Folge nochmal nennen? Warte, hatte ich schon dran. Ich kann immer noch nicht. Huna. Alter, das kann nicht wahr sein. Nein, ich hab Nasenbluten. So, Peter, hier. Kann ich nicht. Kann ich. Mann, ey. Mau, Mau. Oh, das kann nicht wahr sein. Mau, Mau, natürlich. Mau, Mau. Okay. Warte, hatte ich. Ich hab Uno. Was willst du denn? Ich hätt gern Gelb. Uno. Mieses. Drecks. Ah, Uno. Boah. Boah. Ich kann nicht. Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Das war zu stark, Christian. Ich misch schon mal. Ich kann auch nicht. Nein, nicht mischen. Jetzt hast du noch die restlichen Karten, die noch da waren. Was? Ich muss jetzt wissen. Ja. War das die letzte Karte? Achso. Ja, ja. Es lag da keine mehr. Ich dachte, da war noch ich. Ich kann nicht. Wow. Wow. So, jetzt bin ich nochmal dran. Weil ich nämlich nochmal 10. Ich kann nicht. Ja, Mann. Nice. Sehr gut. Ist das eine 6? Ja. Oder da kann ich. Ja, wir auch. Nice. Jetzt kann ich schon wieder nicht mehr. Okay, ich kann immer noch nicht. Das ist gut. In Bram, bist du eigentlich wieder medizinisch versorgt worden? Oh mein Gott. Ja, der ist wahrscheinlich gerade im Badezimmer und steckt zum Teil in der Nase oder so. Ich kann nicht. Ich finde das aber super. Ich finde das aber super, dass wir hier mit dieser Folge Bram zum Nasenbruch gemacht haben. Okay. Ach, komm, scheiß drauf. Ja, das war so ein Scheiß drauf. Hast du gehört, wie Peter gemacht hat? Ja, ich hab gesagt, du würd sagen, weil es in der Zeit tatsächlich geschafft hat, meine Nasenbruch sogar wieder zu stoppen. Ey, du musst 6 nehmen. Weil du einfach gegengelernt hast, oder? Ja, ja, ja. Ist ja gut. Jetzt versuch mir nicht deine Scheißkarten unterzumogeln. Ah, ja. Ah, guck mal. Sepp hat ausgemacht in der Zeit. Ja, locker. Easy, ey. So, Peter. Moment. Aussitzen. Aussitzen. Und endet 6. Ja, cool. Kann ich nicht. Kann ich immer noch nicht. Cool, kann ich nicht. Oh Gott. Kann ich immer noch nicht. Ich kann nicht. Ey. Ich bin schon rot. Alles gut. Oh. Boah. Boah. Walah, ich bin dran. Mach ich nur. Boah, ich kann nicht. Ich bin endlich in Folge auch gar nicht. Warum nicht? Kann nicht. Weil ich... weil ich der mit den Nasenbluten hat. Ach man, witzig! Ja, die hab ich auch. Uno. Uno, Uno! Ja! Ich weiß schon, warum ich die Hand dahin gemalt habe. Ich möchte mal ganz kurz sagen, wenn das hier doch ein bisschen auf ich bin huschig zutrifft, oder? Ja, das stimmt. Kann man so sagen. Das könnte man so sagen, ja. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.